Hi, moin. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen laut. Hi, moin. Der Pfarrer war getrunken. Der Pfarrer antwortet, nur Wasser. Und warum kann ich dann Wein riechen? Der Pfarrer schaut auf die leere Flasche und sagt, mein Gott, er hat es schon wieder getan. Wir sind in 2. Mose 28. In guter alter Kevin-Chapel-Manier habe ich mal einen Witz. Hahahaha, vorgelesen. Am Anfang der Predigt. So. Ruf dein Bruder Aaron und seine Söhne Nadab, Abihu, Eljasa und Itamar zu dir. Unter allen Israeliten habe ich sie ausgewählt, damit sie mir, dem Herrn, als Priester dienen. Das ist 2. Mose 28. Wir sind hier bei diesen ganzen Anweisungen Gottes. Mose ist auf dem Berg. Er ist in, ja, er ist Gott ganz nahe und Gott, Gott unterweist ihm, Gott spricht mit ihm, aber er sieht auch was. Das lesen wir im Hebräerbrief. Es ist nicht nur so, dass Mose dort auf dem Berg hört von Gott, sondern er, scheinbar sieht er auch was. Scheinbar scheint Gott ihm auch Dinge zu zeigen, visuell. Vielleicht hat er auch so eine Art Vision oder so. Also, das steht jetzt hier im 2. Buch Mose nicht, ist hier nicht überliefert, aber, zumindest so viel ich weiß, aber im Hebräerbrief klingt es so danach, als ob Gott Mose auch diese Sachen schauen ließ. Und wir haben jetzt ganz viel gelesen über das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte und ganz viel Beschreibung gelesen, wie die gebaut sein soll. Aber wahrscheinlich hat Mose die auch gesehen, so vor Augen, wie die sein soll. Das Heiligtum, das Heiligtum Gottes, dieses mobile Reiseheiligtum, denn das war es. Es war, man konnte es einpacken und mitnehmen und dann weiterziehen. Es war jetzt nicht so wie der Tempel an einem Ort, sondern es ging immer mit, immer mit dem Volk mit. Und das war ja auch Sinn der Sache, denn Gott wollte in der Mitte seines Volkes wohnen und sein Volk war nun mal gerade unterwegs. Also war Gott mit ihnen unterwegs und wohnte genau wie sie in einem Zelt. Sie wohnten in Zelten, er wohnte in einem Zelt, ganz solidarisch. Er wollte also in ihrer Mitte sein und er hatte gesagt, ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Und Priester, jetzt sagt er hier zu Mose, hey, dein Bruder Aaron soll ein Priester sein. Das klang auch schon so ein bisschen am Anfang von Exodus an. Mose sollte zum Pharao gehen, ja, ich kann nicht reden. Ja gut, hier, dein Bruder Aaron kommt mit, der kann reden. Und der wird dir beistehen. Und Aaron bekommt auch damals schon so ein bisschen priesterliche Aufgaben, aber er versagt auch darin ein Stück weit und kriegt das nicht so richtig hin. Da spielt sicherlich auch Unglaube eine Rolle. Aber jetzt sagt Gott hier, Aaron, dein Bruder Mose soll Priester werden und seine Söhne. Und es ist so, dass Aaron der hohe Priester werden sollte. Und seine Söhne sollten die, ja, die normalen Priester sozusagen werden. Aber was ist überhaupt ein Priester? Das Wort kommt ja des Öfteren vor, es begegnet uns, läuft uns über den Weg in der Bibel. Aber was ist so ein Priester überhaupt? Jetzt habt ihr vielleicht so eine grobe, logischerweise Idee wahrscheinlich, weil ihr schon diverse Storys gelesen habt, wo Priester vielleicht eine Rolle spielen. In den Evangelien gibt es auch Priester, die spielen auch eine Rolle. Und ihr wisst natürlich, dass die im Tempel arbeiten, dass sie im Heiligtum arbeiten, dass sie Gott dienen. Irgendwie sowas grob in der Richtung. Hat wahrscheinlich was mit Opfern zu tun und mit solchen Geschichten. Aber was liegt dem Ganzen zugrunde? Was ist sozusagen der Kern des Priesterdienstes? Was ist so die, ja, der Kern, ich glaube, das ist ein gutes Wort, was ist der Kern davon? Erstmal kann man, glaube ich, sagen, dass fast alle Figuren in der Bibel, die uns begegnen, fast alle Charaktere, in irgendeiner Form Propheten, Priester oder Könige sind. Also wenn wir das Alte Testament lesen, treffen wir eigentlich immer auf jemanden, der eher ein Prophet ist, eher ein Priester oder eher ein König. Sogar bei denen, die nicht offiziell diesen Titel tragen, die machen dann so Dinge, die sind dann, das werde ich euch gleich auch noch zeigen, die sind dann schon irgendwie so priesterlich oder prophetisch oder königlich irgendwie. Aber das ist ganz verrückt, sich das mal anzuschauen. Und diese Propheten, diese Priester, diese Könige, die haben so eine duale Aufgabe im Grunde. Alle, nicht nur die Priester. Und zwar mit dual meine ich, einerseits repräsentieren sie eine Gruppe von Menschen vor Gott. Also sie treten vor Gott anstelle einer Gruppe oder für eine Gruppe von Menschen. So wie Mose gerade auf dem Berg ist, er steht dort für Israel. Israel hatte Angst, mit Gott zu reden. Und so steht dort Mose als der Israelit auf dem Berg in Gottes Gegenwart. Redet mit Gott anstelle des Volkes. Empfängt Gottes Anweisungen für das Volk. Also ein Priester, aber auch ein König und auch ein Prophet steht vor Gott anstelle seines Volkes. Ein König, beim König genau dasselbe. Er steht vor Gott, er hat Verantwortung für das Volk. Er steht vor Gott mit dieser Verantwortung. Und bei einem Propheten auch. Aber, und deswegen dual, die andere Seite davon ist gleichzeitig repräsentiert oder hat ein Priester auch die Aufgabe, Gott im Volk zu repräsentieren. Also er steht anstelle Gottes vor dem Volk im Auftrag Gottes, mit Gottes Wort ausgerüstet, mit Gottes Geist und Kraft ausgerüstet und spricht für Gott. Er repräsentiert Gott sozusagen. Er zeigt den Menschen Gott. Also es ist dieses in zwei Richtungen. Es ist wie ein Priester, aber auch ein König und ein Prophet. Das ist wie so eine Brücke zwischen Menschen und Gott. Einerseits, wie gesagt, vertreten sie die Menschen vor Gott und andererseits bringen sie den Menschen Gott. Seine Weisung, sein Wort. Und das ist im Grunde ein ganz altes, oder das geht ganz zurück an den Anfang unserer Bibel. In Genesis 1 und 2, da haben wir, da sehen wir, dass die Menschen diesen doppelten Auftrag alle eigentlich innehaben. Dass Gott allen Menschen eigentlich diese Aufgabe gibt. Nämlich alle Menschen, nicht nur Könige, Priester und Propheten, sondern alle Menschen sollen die Ebenbilder Gottes sein. Sie werden im Ebenbild Gottes erschaffen. Und nach dem Sündenfall teilt sich das so ein bisschen auf. Da haben wir sozusagen Menschen, die etwas mehr diese verschiedenen Dinge vertreten. Wir haben zum Beispiel Menschen, die eher einen König verkörpern, in der Machtstellung sind, Anführer. Wir haben Priester und wir haben Propheten. Aber eigentlich gehört das alles zusammen. Das kann man eigentlich gar nicht so stark trennen. Das geht alles so ein bisschen ineinander über und ist verknüpft miteinander. Und wie gesagt, gerade bei Adam und Eva, bei den ersten Menschen sehen wir das eigentlich. Gottes Ebenbild sein in dieser Welt. Und was sollten sie machen? Sie sollten die ganze Welt sich unterwerfen. Das ist königlich. Sie sollten ja über alles herrschen. Das ist königlich. Und gleichzeitig Gott repräsentieren und ihn widerspiegeln. Aber ich denke auch, sie sollten die Welt und die Menschen vor Gott vertreten. In Gottes Gegenwart. Also, Propheten, Priester und Könige. Die Propheten stehen eher sozusagen für das Wort Gottes. Die Priester sind im Grunde in der Gegenwart Gottes und verkörpern eher diese Sache, die Gegenwart Gottes. Und die Könige sind eher so die Menschen, die die Kraft und die Macht Gottes in menschlicher Form sozusagen vertreten, widerspiegeln, in Kraft setzen. Denn die Könige waren dafür gegeben, das Volk zu ordnen. Ihr habt das bestimmt im Kopf, aber die Roots wissen das, weil Marius das bei der Jonah-Freizeit auch gesagt hat. Im Richterbuch, das Ende vom Richterbuch ist eigentlich Chaos. Jeder macht eigentlich, was er will. Und dann steht da, weil es noch keinen König gab in Israel. Umkehrschluss. Wenn es einen König gibt, dann herrscht Ordnung und es macht nicht mehr jeder, was er will. Und weil ein König setzt eben diese, und das ist auch was Gutes. Ein guter König ist was Gutes, weil er die Macht Gottes in Ordnung umsetzt. Und Ordnung ist was Gutes. Das muss ich mir jeden Tag sagen, wenn ich in mein Büro gehe. Wenn wir jetzt mal ein bisschen schauen, was haben wir für Priester überhaupt in der Bibel schon gesehen. Denn wir haben schon welche gesehen. Obwohl hier eigentlich erst das Priestertum für Israel eingesetzt wird und Gott dafür ganz bestimmte Weisungen gibt, sind das nicht die ersten Priester. Aaron ist nicht der erste Priester, dem wir begegnen. Eigentlich komisch. Aber es gab schon vor dem Sinai-Bund Priester. Andererseits irgendwie auch logisch, oder? Also, weil das sind ja, es muss ja schon irgendwie immer Menschen gegeben haben, die die Verbindung zu Gott gesucht haben. Oder die eben aber auch dann Worte Gottes weitergegeben haben an die anderen Menschen. Hier im Sinai-Bund wird das dann sehr krass geordnet und sehr genau eigentlich gesagt, was diese Priester tun sollen, was sie nicht tun sollen, bis dahin wie sie sich kleiden sollen und so weiter. Also, es ist alles sehr, sehr genau. Aber im Grunde begegnen wir schon anderen Priestern oder Menschen, die einen priesterlichen Dienst tun. Ich habe schon von Adam geredet und ich glaube, Adam und Eva, diese beiden, die haben einen priesterlichen Dienst gehabt. Sie sollten Gott in der Schöpfung repräsentieren, so wie jeder Priester auch Gott repräsentieren sollte. Und sie sollten Gott im Garten Eden auf eine priesterliche Art und Weise dienen. Da steht, sie sollten arbeiten, sie sollten den Garten erhalten, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. Im Hebräischen steht da, dass sie Abad und Schamah machen sollten. Abad und Schamah, das heißt arbeiten oder anbeten. Abad kann beides bedeuten, Arbeit oder Anbetung. Und Schamah heißt sowas wie pflegen, behüten, bewahren. Ich habe das hier, glaube ich, schon mal gesagt, aber das ist genau der Job, den später die Leviten machen sollten. Wenn wir dann in Dritte Mose gehen, das ist genau der Job, den die Priester machen sollten. Sie sollten Abad und Schamah in der Stiftshütte. Das war ihr Dienst. Und so, glaube ich, können wir mit Fug und Recht sagen, dass Adam und Eva schon so einen Dienst in der Art und Weise hatten. Denn die ganze Stiftshütte, wie Jörg sie uns auch schon gezeigt hat hier mittwochs, die ganze Stiftshütte ist doch nichts anderes als im Grunde so eine Art Mikro-Eden. Also du hast sozusagen diese Hütte, dieses Zelt und das ist dann später auch im Tempel so, aber du hast überall diese Pflanzen, diese ganzen Pflanzenbilder. Du hast die beiden Cherubim, die sozusagen bewachen, die am Eingang stehen, die das ganze Ding bewachen, vor allem eben das Allerheiligste. Dann hast du diese Minora, diesen Ständer, die pflanzenmäßig geformt ist, wie so ein Baum mit sieben Ästen, wenn ihr so wollt. Und im Grunde ist das so ein Abbild vom Garten Eden. Und Adam und Eva hatten da diesen Dienst für Gott, genau wie die Priester in der Stiftshütte. Ich denke, das oder an den beiden sehen wir eigentlich so die ersten priesterlichen Dinge. Aber dann läuft uns noch ein zweiter Priester über den Weg, ziemlich bald danach, in der Abraham-Geschichte. Und zwar Melchisedek. Das ist ein ganz geheimnisvoller Mensch. Wir können ja mal 1. Mose 14 aufschlagen. Ein sehr mysteriöser Charakter, dem wir da begegnen. Abraham hat also, ich kann ja mal Vers 17 lesen. Als Abraham nach seinem Sieg über Kedor, Laomer und die anderen Großkönige zurückgekehrt war, zog ihm der Stadtkönig von Sodom entgegen ins Schavetal. Dieses Tal heißt heute Königstal. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Er war ein Priester Gottes des Höchsten. Er segnete Abraham mit den Worten, Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gepriesen sei er, der höchste Gott, der dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Da gab Abraham ihm den zehnten Teil von allem, was er den Königen abgenommen hatte. Also da ist dieser König, er ist der König von Salem und er ist gleichzeitig auch ein Priester. Das wissen wir auch aus dem Hebräerbrief. Und er macht auch etwas Priesterliches. Er segnet Abraham, vielleicht hat Abraham sich vor ihm niedergekniet, vielleicht hat er ihm die Hände aufgelegt, das wissen wir nicht genau. Er kommt raus aus der Stadt mit Brot und Wein. Wir wissen auch nicht, ob das so ein Korb war mit Brot und Wein oder ob der eine ganze Kutsche mit Brot und Wein dabei hatte für die ganzen Männer von Abraham auch noch und ob das so ein richtiges Fest war oder ob es so, ja so wie bei uns, so hier ein kleines Stückchen Brot und ein Minischlückchen Wein. So nur symbolisch, lieber Abraham. Das wissen wir nicht genau. Es kann voll das Fest gewesen sein, voll die heftige Party, voll die Siegesfeier. Es kann so eine ganz kleine Sache gewesen sein. Es erinnert mich auch so ein bisschen an, kennt ihr die Geschichte mit König David? Da war er noch nicht König, aber wo dann die Frau von diesem ganz fiesen Typen, wie heißt er doch gleich, diesem Hartherzigen, nicht Labern, sondern, wie, Nabal, genau, Nabal. Und seine Frau ist die bezaubernde Abigai. Genau. Sie packt doch dann auch so alles ein, so hier kommen noch Kuchen und noch Brot und noch Wein und so weiter. Und dann zieht sie so David entgegen, der voll sauer ist und schon richtig so ein Gemetzel anrichten will. Und dann ist sie doch auch, dann fällt sie vor ihm nieder und, ah, mein Herr und so weiter und, ach, tu das doch nicht und so. Und er so, boah, gesegnet seist du, du hast mich gerade voll davon abgehalten, du hast richtig krass zu sündigen, Alter. So, und gut, das ist hier bei Abraham, Abraham hat schon gekämpft und das war auch gut. Aber hier kommt dieser, dieser verrückte Typ ihm entgegen, Melchisedek, der König von Salem. Und Salem ist interessanterweise, das ist Jerusalem. Das Salem ist sozusagen, da wo Salem ist, ist später Jerusalem. Also Abraham ist hier im Königstal und das ist auch genau bei Jerusalem. Da kommt ihm dieser Typ entgegen, er segnet ihm, er gibt ihm Brot und Wein. Und Abraham sagt, yo, ich gebe dir den zehnten Teil von meiner Beute. So, so wie später das Volk Israel dann den Priestern auch den zehnten gegeben hat. Das ist verrückt und schon irgendwie so der erste, vielleicht so richtige Priester, den wir überhaupt treffen, der so richtig hardcore, priestermäßig unterwegs ist. Aber dann ist interessanterweise auch Abraham selber kommt in so eine Priesterrolle rein. Oh nein, und vor Abraham eigentlich auch noch jemand anders. Lass uns mal, das habe ich voll vergessen, lass uns mal 1. Mose 10 aufschlagen. Vielleicht auch jemand, den ihr nicht so auf dem Schirm habt als Priester. Aber er tut hier wirklich einen priesterlichen Dienst und das ist nämlich Noah. Noah war ja sowieso echt ein richtig nicer Dude. Und nach der Flut in 1. Mose 8, Vers 20, da steht, Dann baute Noah für den Herrn einen Altar. Er wählte von allen reinen Tier- und Vogelarten einige Tiere aus. Und brachte sie auf dem Altar als Brandopfer dar. Der Herr roch den besänftigen Duft des Opfers und sagte sich, Nie wieder werde ich der Menschen wegen die Erde verfluchen. Denn es ist nun einmal so, dass ihre Gedanken zum Bösen führen, und zwar schon von Kindheit an. Nie wieder werde ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Von nun an gilt, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht werden nicht aufhören, solange die Erde besteht. Noah bringt hier ein Opfer dar, er baut einen Altar. Und was passiert? Gott ist einfach mega bewegt. Gottes Herz ist mega bewegt. Von Noas Priesterdienst. Und Gott sagt, ey, es ist wie es ist. So sind die Menschen halt. Okay. Ich werde das nie wieder tun. Und dann verheißt er noch diesen ganzen krassen Segen. Von jetzt an beständig. Von jetzt an haben wir beständig diese Jahreszeiten, die Ernte und so weiter. Das ist ein großer Segen, den Gott hier verheißt. Und das, weil Noah einen priesterlichen Dienst tut. Und Noah ist vor Abraham, vor Melchisedek. Gut, lassen wir uns aber einmal auf Abraham noch schauen. Denn auch Abraham hat diesen priesterlichen Moment in seinem Leben. Und zwar sehen wir das in 1. Mose 18. Zum Beispiel. In 1. Mose 18 haben wir diesen Moment, wo Abraham mit Gott spricht über Sodom. Beziehungsweise Gott sagt, Abraham ist mein Freund. Und ich kann ihm jetzt diese Sache nicht verschweigen, die ich vorhabe. Ich muss ihm das sagen. Und das haben wir hier in Vers 16 von 1. Mose 18. Dann brachen die Männer wieder auf und Abraham begleitete sie noch ein Stück. Als sie an eine Stelle kamen, von der aus die Stadt Sodom gut zu überblicken war, dachte der Herr, soll ich Abraham wirklich verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Er wird doch zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes. Und alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet werden. Ich habe ihn auserwählt. Er soll seinen Nachkommen für alle Generationen ans Herz legen, nach meinem Willen zu leben. Er soll sie lehren, Recht und Gerechtigkeit zu üben. Und ich will all die Zusagen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Darum sagte der Herr zu Abraham, es ist nicht nice, wie wir so einen Einblick kriegen in Gottes Überlegungen und in sein Herz. So ein Ding, ey, ich kann ihm das nicht verschweigen. Er soll doch dieser Dude werden. Und dann sagt, darum sagte der Herr zu Abraham, die Klagen über Sodom und Gomorra nehmen kein Ende. Man wirft ihnen schwere Vergehen vor. Ich werde nun dorthin gehen und prüfen, ob die Klagen berechtigt sind. Ich will mir Gewissheit verschaffen, ob die Menschen dort wirklich so schreckliche Dinge tun. Die beiden anderen Männer gingen nun weiter in Richtung Sodom. Der Herr aber blieb noch bei Abraham stehen. Ich füge hinzu seinem Freund. Abraham trat auf ihn hinzu und fragte, willst du wirklich zusammen mit den Gottlosen auch die vernichten, die nach deinem Willen leben? Und möglicherweise gibt es in Sodom 50 rechtschaffende Menschen. Willst du sie tatsächlich umbringen? Willst du nicht lieber die Stadt um der 50 Willen verschonen? Du kannst doch nicht die rechtschaffenden Menschen zusammen mit den Gottlosen töten, als gäbe es keinen Unterschied zwischen den beiden. Es geht doch nicht, dass der Richter der ganzen Welt so etwas Ungerechtes tut. Und der Herr antwortete, wenn ich in Sodom 50 Menschen finde, die nach meinem Willen leben, will ich ihretwegen der ganzen Stadt vergeben. Abraham erwiderte, ich weiß, dass ich nur ein sterblicher Mensch bin, aber nun habe ich es bereits gewagt, mit dir her zu verhandeln. Vielleicht fehlen zu den 50 rechtschaffenden Menschen ja nur fünf. Willst du wegen dieser fünf die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, wenn ich dort 45 Menschen finde, die nach meinem Willen leben, werde ich die Stadt nicht vernichten. Abraham ließ nicht locker. Vielleicht finden sie nur 40, äh, sich nur 40, fragte er. Dann verschone ich sie wegen der 40, bekam er zur Antwort. Bitte, Herr, bat Abraham, werde nicht zornig, wenn ich weiterrede. Vielleicht gibt es ja nur 30? Dann verschone ich sie wegen der 30, erwiderte der Herr. Abraham setzte erneut an. Ich habe es nun einmal gewagt, mit dir her zu verhandeln. Vielleicht gibt es ja nur 20? Wieder versprach der Herr, auch wenn es nur 20 sind, vernichte ich die Stadt nicht. Schließlich sagte Abraham, Herr, bitte werde nicht zornig. Wenn ich ein letztes Mal frage, vielleicht sind es ja nur 10? Und ich weiß nicht, ob 10 so ungefähr die Familie von Lot war, aber wahrscheinlich. Und der Herr antwortete erneut, ich verschone die Stadt auch wegen 10. Nach diesem Gespräch ging der Herr weiter und Abraham kehrte nach Hause zurück. Ein tolles Gespräch. Echt herrlich. Toll, dass es hier enthalten ist, finde ich in der Tora echt cool. Wie schön, oder? Und genau da ist Abraham ein Priester. Was tut er? Er verhandelt mit Gott für seine Mitmenschen. Sogar für die Bösen. Nein, nicht für die Bösen, aber er denkt an die Gerechten in der Stadt und dass es da vielleicht welche gibt. Und an ihrer Stelle, weil sie nicht wissen, was Gott vorhat und er in Gottes Nähe ist und Gott in seiner Nähe ist und er Gottes Freund ist, denkt er sich, ich kann jetzt mit Gott darüber reden, ich kann jetzt mit Gott verhandeln darüber. Und er fängt an und er bricht, ja, er bricht eine Lanze für diese Menschen, für diese Gerechten. Und Gott lässt mit sich verhandeln, Gott ist nicht hartherzig, Gott ist weichherzig, Gott ist barmherzig. Und Gott liebt es, wenn wir das tun. Gott liebt es, wenn wir uns für andere einsetzen. Gott liebt das, wenn wir für andere beten, wenn wir für andere eintreten. Und ich glaube, das bewegt mega sein Herz. Und da haben wir auch wirklich den Dienst eines Priesters. Fürbitte tun, für andere, die es nicht können. Die vielleicht nichts von Gottes Plänen wissen. Die vielleicht Gott nicht so nah sind. Für die können wir Fürbitte tun. Und das hat Abraham gemacht. Und das ist so eine, finde ich, eine Begebenheit. Und dann gibt es natürlich noch die andere, krass berühmte Begebenheit, wo er seinen Sohn Isaac fast opfert. In Kapitel 22, da haben wir die Situation, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief er ihnen. Ja, antwortete Abraham, ich höre. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so sehr liebst, befahl Gott. Geh mit ihm in die Gegend Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer darbringen sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Er belud seinen Esel, nahm seinen Sohn Isaac und zwei seiner Knechte mit und machte sich mit ihnen auf den Weg in die Gegend, die Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag konnte Abraham den Berg, den Gott bestimmt hatte, in der Ferne erkennen. Er sagte zu seinen Knechten, bleibt mit dem Esel hier. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um Gott anzubeten. Danach kommen wir wieder zu euch zurück. Abraham legte seinen Sohn Isaac das Holz für das Brandopfer auf die Schulter. Er selbst nahm ein Gefäß mit glühenden Kohlen und ein Messer. Dann machten sich die beiden miteinander auf den Weg. Das sind eigentlich alles so priesterliche, schrägstrich levitische Aufgaben. Das sind eigentlich so genau die Dinge. Holz hacken, das Holz dahin bringen, glühende Kohlen und so. Das sind so eigentlich die Dinge, die auch in der Stiftshütte und im Tempel dann passiert sind. Das ist so das Everyday Business. Das ist so der ganz normale Alltag, der nicht so glorreich ist, der Priester und Leviten gewesen. Damit das da das Feuer brennt, damit die Opfer verbrannt werden können und so weiter. Das waren so Dinge, die sind im Hintergrund passiert. Das ist halt alles Abad. Arbeiten. Aber Abraham macht das hier. Als sie zu der Stelle kam, die Gott ihm gezeigt hatte, errichtete Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf. Er fesselte seinen Sohn Isaac und legte ihn oben auf den Holzstoß. Abraham griff nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Halt ein, tu dem Jungen nichts, sagte der Engel. Ich weiß jetzt, dass du Ehrfurcht vor mir, deinem Gott, hast. Denn du hättest für mich nicht einmal deinen einzigen Sohn verschont. Abraham schaute sich um und entdeckte hinter sich einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hin, packte den Widder und brachte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham nannte die Stelle, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Das ist ganz spannend. Das ist hier ein Kommentar vom Verfasser von Genesis. Und der Verfasser von Genesis unterbricht kurz die Story und sagt, übrigens, lieber Leser, wie du weißt, deswegen sagt man noch heute, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Was heißt das? Das heißt, auf dem Berg des Herrn, da wo der Tempel steht, und das hier ist der Tempelberg, auf dem Abraham, Isaak, das wird zumindest vermutet, das ist die Stelle, wo der Tempel gestanden hat. Dort bringt Abraham fast seinen Sohn da, aber er bringt diesen Widder da. Und deswegen sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt und wenn das nicht priesterlich ist, Abraham steht hier an der Stelle, wo später die Priester opfern werden, Tag für Tag im Tempel und opfert diesen Widder. Und ja, das ist hier Abraham als Priester. Und er bringt dort dieses Opfer, diesen Widder und letztendlich ist es ein Stück weit vielleicht auch einfach für die Sünde seiner Familie, für die Sünde seines, ja, Abraham hat ja auch Fehler gemacht, er hat Gott auch misstraut in der Vergangenheit. Er war eben auch nicht irgendwie perfekt oder so. Ja, und dann kommen wir tatsächlich zu Aaron. Man könnte jetzt vielleicht noch Reguel erwähnen, also Reguel, der Typ, dessen Tochter Mose geheiratet hat, auch Dingsbums genannt, wie heißt er denn? Sein anderer Name. Also seine Tochter heißt Zippora, die hat Mose geheiratet. Er heißt hier in 2. Mose am Anfang dann Reguel und dann hat er aber auch noch einen anderen Namen, was vielleicht seine Jobbezeichnung ist, da ist man sich nicht so ganz sicher. Er war auch ein Priester, er war der Priester Midians. Und wahrscheinlich hat er auch denselben Gott wie Abraham angebetet, denselben Gott, den Mose angebetet hat. Das wird nicht so klar erwähnt, aber später, als er dann nochmal zu Mose kommt und ihm Rat gibt, da wird das dann eigentlich ziemlich deutlich, dass er denselben Gott verehrt hat wie Mose. Also auch er ein Priester, über den erfahren wir zwar nicht so viel, aber auch ganz interessant. Und jetzt kommen wir zu Aaron, wieder zurück in 1. Mose 28. Also Aaron soll hohe Priester werden. Gott sagt, ich habe mir den Aaron ausgesucht, dein Bruder. Er soll der hohe Priester werden, seine Söhne sollen auch Priester werden. Jetzt müssen wir uns aber vorstellen, genau in dem Moment der Story, wo das passiert, während Mose gerade auf dem Berg ist und das von Gott hört, was passiert da gerade unten? Das weiß der Bibelleser wahrscheinlich, er ahnt es schon. Im selben Moment, derselbe Aaron fängt an, ein Kalb zu gießen aus Gold. Das ist ungefähr zeitgleich, müsst ihr euch vorstellen. Er ruft die Leute auf und sagt, bringt mir euren Goldschmuck und so weiter. Ich weiß nicht, die Leute sagen irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie es genau ist, aber irgendwie sagen sie hier, wir wollen irgendwie ein Götterbild haben oder sowas, was wir anbeten können, wie alle anderen auch, ungefähr so. Und er sagt, ja, okay, bringt mir euren Goldschmuck und wir machen so ein Ding. Und dann macht er dieses goldene Kalb. Dann sagt er hier, Israel, dein Gott, schau her, der dich aus Ägypten befreit hat. Und dann machen die diesen wilden Dance irgendwie um dieses Kalb rum und machen diese wilde Party und so weiter. Und dann kommt Mose runter, aber während Mose das hier hört, fängt das da unten schon an. Zieht euch das mal rein, wie krass ist das denn, oder? Der erste hohe Priester überhaupt, den es jemals geben wird, noch bevor er eingesetzt ist, fängt er schon an, Götzen zu dienen, Götzen zu gießen und anstatt das Volk richtig zu instruieren, verführt er das Volk zum Götzendienst. Das ist der erste Priester Israels, der erste hohe Priester. So startet seine Legacy. Ist das nicht krank, Alter? Das muss man sich mal fahren. Man würde doch eigentlich erwarten, dass die Priesterschaft mega gut wegkommt in der Bibel, oder in diesem Buch. Also gerade so im Alten Testament müsste man doch eigentlich erwarten, das müssen doch die Heroes eigentlich sein, weil das sind doch die Typen, die am nächsten an Gott dran sind. Die dürfen an Gottes Gegenwart gehen. Die sind dazu berufen, diesen Job zu machen. Sie müssen doch eigentlich wirklich Helden sein, heldenhaft eintreten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube fast, die Priester werden unglaublich kritisiert in der Heiligen Schrift. Sie kommen so schlecht, sie machen so viele Fehler. Sie sind unmöglich teilweise, unmöglich. Das bricht Gottes Herz. Und Aaron ist eigentlich, wenn man sich Aaron anguckt, dann weiß man eigentlich schon, wie es laufen wird. Denn es wird nicht besser nach Aaron. Seine beiden Söhne, seine beiden Söhne machen genauso weiter wie er. Sie kommen mit irgendeinem Feuer da rein, was irgendwie, ne, mit so einem Strange Fire Video, wie sie sagen, kommen da rein und boom, werden direkt weggeburnt, weil es das falsche Feuer war. Aber im Grunde ist es halt so, was soll das heißen, ist natürlich für uns ein bisschen krass, so ein bisschen verwirrend. Aber was das heißen soll, sie wollen Priester sein, nach ihrem Gut dünken. Und sie geben nicht so viel darauf, was Gott so sagt, wie das sein soll als Priester und wie man sich verhalten soll, sondern sie machen das ein bisschen so, nach ihrem Gusto. Und Gott sagt, nein, ich habe das genau extra gesagt, wie es sein soll. Und das geht halt einfach gar nicht, dass es direkt am Anfang so komplett, schon am Anfang völlig entgleitet eigentlich. Also wenn sich schon am Anfang niemand an die Regeln hält, wie ist es dann in 10 Jahren oder in 20? So, also, und das finde ich total verrückt eigentlich, weil, Bro, es ist so heftig. Es ist eigentlich so krass, wenn ihr mal mit mir zum Beispiel so eine Stelle dann aufschlagt, wie Malachi, wenn ihr gerade, ihr habt ja vielleicht eine Bibel in der Hand, ich kann es aber auch einmal vorlesen, in Malachi zum Beispiel kritisiert Gott die Priester so hart. Das ist natürlich schon eine ganz andere Zeit. Wir sind natürlich jetzt schon viel weiter so. Aber, ja, da kann man sehen, wo die Priesterschaft dann eigentlich so hingekommen ist im Laufe der Jahre. Malachi, Kapitel 2, und eigentlich ist der ganze Anfang von Malachi, da geht Gott die Priester eigentlich sehr hart an. Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr, der Herrscher, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr sie nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibt, spricht der Herr der Herrscher an. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede und ich gab sie ihm. Er war Furcht und er fürchtete mich und vor meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscheren. Ihr aber seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele durch falsche Weisungen zu Fall gebracht. Habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr der Herrscheren. So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk, weil ihr meine Wege nicht beachtet und die Person anseht, wenn ihr Weisungen gebt. Ja, das sind Priester, die einfach genau das nicht gemacht haben, was Priester tun sollten. Sie haben Gott nicht richtig repräsentiert im Volk. Sie haben Gottes Weisungen nicht weitergegeben. Sie haben Gott selbst überhaupt nicht die Ehre gegeben. Und das sind alles Dinge, die Gott bei Priestern sucht, die Aufgaben eines Priesters sind. aber Gott sei Dank hat Gott ja von Anfang an einen guten Priester verheißen. Und da steht zwar nicht unbedingt Priester, aber was Gott der Frau verheißt am Anfang ist ja ein Nachkommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dieser Nachkomme wird ein Priester sein. Er wird aber auch ein Prophet und ein König sein. Und das ist natürlich unser Jesus. Jesus Christus. In Hebräa, im Hebräerbrief möchte ich einige Verse mit euch am Ende lesen über unseren Priester, über unseren Hohepriester. Hebräer 7, Vers 26. Ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen Hohepriestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Die vom Gesetz ernannten Hohepriester sind schwache, mit Fehlern behaftete Menschen. Doch der, den Gott durch einen Eid zum Hohepriester eingesetzt hat, und das tat er lange, nachdem er das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn, ein für immer und ewig vollkommener Hohepriester. Und weiter in Kapitel 9, Vers 25, der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Lauf seines Lebens, Jahr für Jahr von Neuem und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Und davor steht in Hebräer 4, Vers 14, weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seinen Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Auch wir sind Priester, auch uns hat Gott zu Priestern berufen als Christen und genau wie Abraham sollen wir mit Gott verhandeln über diese Stadt, über die Menschen in dieser Stadt, über unsere Arbeitskollegen, Studienkollegen, Klassenkameraden, Freunde, Verwandte. Wir haben eine Menge Fürbitte zu tun. Es gibt eine Menge Menschen, die nicht zu Gott beten können, die Gott nicht mal kennen. Aber wir sind hier an ihrer Stadt. Wir können vor Gott kommen an ihrer Stadt. Wir können für sie beten. Wir können an ihrer Stadt beten. Und ich glaube, das wird Gottes Herz bewegen und Gott liebt das, wenn wir das tun. Und wir können auch auf der anderen Seite ihnen Gott bringen, Gottes Ebenbild sein, Licht sein in der Dunkelheit. Und dafür müssen wir beten, dass wir ihnen Jesus zeigen können. Aber ich finde das so schön, was der Schreiber von Hebräer hier auch noch sagt. Ja, wir sind schwach. Wir sind schwache Priester. so, ja, der Heilige Geist in uns, wir sind erneuert, wir sind neue Geschöpfe in Christus, aber trotzdem, wir sind trotzdem schwach. Aber wir haben diesen starken, hohen Priester. Und er kennt das alles. Er kennt die Versuchungen, in denen du bist, als Priester. Und wie gesagt, ich habe es euch ja so ein ganz bisschen gezeigt, die Priester waren keine Heiligen. Echt nicht. Das waren richtige Schweine teilweise. Und ich sehe da so zwei Sachen drin. Einerseits müssen wir, glaube ich, echt aufpassen, dass wir nicht solche Schweine werden. So wie zum Beispiel Eli und seine Söhne, also Eli nicht, aber seine Söhne zum Beispiel. Das waren richtige Assi-Priester. Also, so komplette Assi-Priester wollen wir nicht sein, weil wir dann unseren Herrn echt nicht mehr richtig repräsenten und keine Ahnung, ob die Leute dann überhaupt noch Bock auf Gott haben. Auf der anderen Seite dürfen wir wissen, dass Gott auch mit uns uns, wenn wir nicht perfekt sind, auch als Priester, dass er echt mega viel Erbarmen hat und das einfach auch voll nachvollziehen kann und auch gerade dafür, ja, gestorben ist. Und ich bete noch kurz. Ja, ich danke dir, dass du, ja, du hast jemanden wie Aaron zum Priester berufen und Aaron war bestimmt ein besserer Typ als ich, aber er hat sich auch mega verführen lassen in dieser Situation und hat gleich an seinem, am Anfang von seinem, von seinem neuen Job, von seinem Dienst einfach, ja, diesen riesigen Fehler gemacht, Herr. Und, ja, wir wollen nicht, wir wollen nicht dieselben Fehler machen wie Aaron, Herr. Wir wollen, ja, gute Priester sein, Herr, vernünftig, ja, dir die Ehre geben, Herr, dich anbeten, dich vertreten und, aber auch die anderen Menschen vor dir vertreten, Herr. Ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, dass wir Priester sind, immer wieder, wenn wir es vergessen und uns wirklich wie komplette Assis benehmen und dann klopf doch an unser Herz und sag, hey, mein Priester, was machst du da? Du wolltest doch nicht sein wie die Söhne von Eli. Ja, bitte erinnere uns, Herr. Aber erinnere uns auch daran, dass du uns liebst und uns vergeben hast, uns reingewaschen hast von unserer Schuld, dass du treu bist und dass du echt, dass du so viel Geduld hast, ja. Ja, und wir bitten aber auch, dass du an uns arbeitest, dass wir wirklich, ja, wachsen in unserem Dienst als Priester, ja, stärker werden, fester werden in dir und, ja, dass, wie es in Malachi ist, dass in unserem Mund, ja, Weisheit zu finden ist, dass Menschen, die von uns Rat fragen, dass sie guten Rat bekommen können von uns, ja. Und, ja, bitte arbeite in uns und forme uns weiter, ja. Amen. 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 Vielen Dank.